Wie ist der Camper Tobi? Servus. Tobi, grüß dich. Ich bin der Bernd. Bernd, halli, hallo. Mensch, in neuem Glanz. Es ist über eineinhalb Jahre her, dass ich da war. Und da warst du im Container noch vermutlich bei uns besuchen. Da waren wir hier in der Übergangslösung. Richtig. Dann haben wir zwei Fahrzeuge gefilmt. Das war recht lustig und auch ein bisschen nachhaltiger, habe ich mitbekommen. Und es ist schön, jetzt mal herzukommen und euren tollen Neubau zu sehen. Ja, wir fühlen uns wohl. Wir haben es im Sommer kühl und im Winter warm. Das gab es lange Zeit nicht. Und vieles andere. Eine tolle Werkstatt, eine Waschhalle, genug Räumlichkeiten. Wunderbar. Ja, es hat sich umgesprochen. Ihr legt Wert auf Service. Ich fahre auch in der Regel zum Großteil nur zu Firmen hin, die gerade darauf ihren Fokus legen, weil diese Nachhaltigkeit für den Camper wichtig ist. Es läuft nicht immer alles glatt. Das ist eine allgemeine Entschuldigung, die ich im Namen der Firmen und der Camper loswerde. Aber man tut, was man kann. Und man sieht, und wir werden nachher auch noch im Abspann mal ganz kurz den Neubau mit der Drohne von innen zeigen, da kann man sich schon wohlfühlen. Sowohl als Kunde hauptsächlich als auch als Mitarbeiter, oder? Das ist definitiv so. Wir haben zwar noch keinen, der außer dem Chef jetzt sonntags da ist, aber die Tendenz geht natürlich dazu. Sehr fleißige. Zumal wir ja auch die Möglichkeiten hätten, was Kundschaft angeht und was Präsentation unserer Fahrzeuge angeht und so weiter. Aber das war jetzt eher ein Spaß. Also uns reichen auch die sechs Tage in der Woche. Ja, ich denke. Es ist ein fleißiges Team. Das ist auf jeden Fall bekannt. Und du stehst vor dem neuen Bürstner Copa. Ja, das ist der Copa C500, wie er genau heißt, auf der Ford Transit Custom Basis. Den gibt es in tollen Farben. Wir kommen nachher gleich drauf. Den gibt es auch in unterschiedlichen Antriebsvarianten. Es ist aktuell so, dass wir 130 PS am Platz haben. Wir haben aber auch eine 185er Version, die allerdings momentan nicht mehr bestellt werden kann. Aber wir haben sie zumindest hier auf dem Hof beziehungsweise schon geordert. Warum? Wir haben in Größenordnung 100 Fahrzeuge von diesen Typen bestellt. Du wirst es vielleicht nachher zeigen, unsere Palette darunter. Das zeigt schon nicht bloß die Masse, sondern auch die Klasse, die unterschiedlichen Farben. Es gibt sechs unterschiedliche Farben, die man bestellen und kaufen kann. Und nochmals zurück zu den Antriebsleistungen. Also die 130 PS, das sind diejenigen, die momentan zu bestellen sind. Die 185 nicht mehr. Es wird aber ersetzt. Größenordnung im September wird es eine 150 PS Version geben. Vernünftig. Und egal was du nimmst, kannst du dann mit Schalter oder mit 6-Gang-Automatik fahren. Das ist schlau. Wenn ich jetzt an VW denke, wir stehen jetzt vor dem Vorden, der sich super etabliert hat, muss man ganz ehrlich sagen. Also seit die neuen Modelle hier seit ein paar Jahren jetzt durchrauschen, ist das ein tolles Basisfahrzeug. Bei VW sieht man es auch, die 150 PS mit der Automatik haben sich durchgesetzt. Das ist so das, was man bezahlen kann, bezahlen will und dann läuft die Kiste auch dementsprechend. Ja, vor allem sind die Automatikantriebe ja mittlerweile so schön zu fahren, vergleichbar mit PKW, was jetzt die Schaltvorgänge angeht und so weiter. Also das ist wunderbar. Wenn ich es zu tun hätte, würde ich die Automatikversion ziehen. Es hat sich ja durchgesetzt. Hat sich durchgesetzt. Also die Farbe ist wirklich ein Highlight. Ich bin ja immer so einer, ich gehe vorsichtig ran. Ich sehe ja auch ziemlich viel. Wir alle sehen ziemlich viel. Aber es hat ja auch immer, es dauert immer. Und dann ändert man auch mal seine Meinung und denkt man sich im ersten Moment, nee, ist jetzt gar nicht meins. Und dann guckst du es zwei Wochen an und denkst dir, hoppala. Also ich bin am Sonntag selber ein bisschen gefahren und du wirst es nicht glauben, ich habe tatsächlich außerdem hier drei andere gesehen auf der Strecke in den gleichen Farben. Ja, das ist schick. Gut, andererseits, schau hin, du kannst den natürlich auch in weiß, da ist er übrigens als Basispaket bekommen. Du kannst ihn in dem schönen Blau im Anthrazit im Schwarz bekommen und hast im Grunde genommen nachher sechs Farben zur Auswahl. Ja, ja, eben. Vollkommen ausreichend. Ich denke, weiß wird aber da den kleineren Marktanteil haben. Das ist so. Wir sehen das natürlich auch an der Ausstattung, an den Paketen, die wir schnüren, die wir gerne verkaufen. Das sind zwei Stück gerade. Da kannst du natürlich den weißen in der Grundausstattung nehmen. Aber wie es doch halt so schön ist, die Individualität, die geht dann in die anderen Farben rein, in das Metallic rein. Das hat einfach nochmal einen individuelleren Touch auch mit mir. Was für ein Glück wir haben mit dem Wetter heute. Herrlicher Tag. Leichter Wind, Gott sei Dank, weil ich fühle immer meine Puschel auf den Mikros. Und da reflektieren die Farben natürlich besonders schön. Wir hatten schon den Showroom vorbereitet, haben dann mal rausgefahren und wir gedacht haben, Camping findet draußen statt. Wenn du da bist, bringst du ein schönes Wetter mit. Ja, immer. Das nutzen wir aus. Man könnte den Metallic-Glanz entsprechend zeigen. Wunderbar. Sag mal, was mir gleich mal auffällt, ich stelle mir immer so ein paar blöde Fragen. Ist das Serie immer dran? Ne, das kannst du zusätzlich bekommen. Da gibt es, wir werden vielleicht nachher drauf eingehen, unterschiedliche Paketmöglichkeiten. Und das ist dann eines der Ausstattungsmerkmale, die du kriegen kannst. Von der Grundausstattung, das Fahrzeug gibt es ja bereits in einer Größenordnung um die 40.000 Euro Einstieg. Aber Hand aufs Herz, da sind wir mit entsprechenden Ausstattungsmerkmalen, die als Camper, wenn aus unserer Sicht raus durchaus nützlich, wichtig sind. Und schon irgendwo in einer anderen Dimension. Wir gehen davon aus, so würde es sich wahrscheinlich auch darstellen, dass in der Grundversion die Fahrzeuge eher nicht gekauft werden, um eben die Möglichkeiten alle zu nutzen. Wir sagen gerne Alltagsheld zu dem Fahrzeug. Das ist er von den Dimensionen her dahingehend, dass wir knapp unter 5 Meter mit 4,97 Meter in der Länge sind. Wir haben nur 1,99 Meter Breite, was aber nur auf das Außenmaß und die Flexibilität sich bezieht. Und wir sind in der Höhe bei 2,09 Meter, alles über alles. Von dem her ist es ein Fahrzeug, das du tatsächlich unter der Woche nutzen kannst, um zur Arbeit zu fahren, deine Kids zum Sport zu bringen. Du kannst dann natürlich auch beim Möbelhaus deine vorbestellten Möbel abholen. Das passt ja da alles rein. Ja, genau. Multifunktionär. Und im besten Fall, ich gehe es am Wochenende ins Grüne oder führ es irgendwo ins Legoland oder sonst irgendwo hin mit der Familie. Ja, das ist der Multifunktionär. Also der Alltagsheld, wie wir sagen. Ich habe jetzt im Hintergrund den DHL heranrauschen sehen. Authentisch ist authentisch. Vielen Dank, gerne durchlaufen. Ich wollte nur den Fahrzeug Lärm vermeiden. Perfekt, danke lieber Herr DHL. Das haben wir öfter mal, ein Paketdienstfahrzeug. Das macht den Kanal aus, dass es einfach nicht gestellt ist. So ist es, genau. Wir sind so. Entschuldige, wenn ich dich unterbrochen habe. Wie lang ist er denn? Hast du die Maße alle? Ja, wie gesagt, er ist 4,97 Meter lang. Vom Radstand her super wendig. Und von dem her auch letztendlich natürlich in der Stadt noch recht gut zu bewegen. Ja. Wie gesagt, die Breite unter zwei Meter macht das auch nochmal aus. Ja, die preisliche Situation, die du gerade angesprochen hast, das ist ja auch normal. Ob ich mir jetzt ein Schiff oder ein Auto oder sonst was kaufe, es gibt immer ein paar Aufpreise. Danke nochmal. Und das ist halt so, in der ausgestellten Version liegt er jetzt bei knapp 57. Wir werden nachher über das Preisschild filmen. Aber den kann man ja hier bei euch nochmal schön konfigurieren. Definitiv. Also wie gesagt, wir haben zunächst einmal zwei Pakete. Das eine Paket, das bezeichnet sich mit Live Edition und das andere, zu dem sagen wir Supreme Edition dazu. Die gestalten sich insofern unterschiedlich, als dass die Antriebe natürlich, als vorher gesagt, mit 130 PS Schalter oder mit 185 PS Sechsgang Automatik als Basisfahrzeug da sind. Und dann mit entsprechenden Ausstattungsmerkmalen aufbauen. Der etwas besser ausgestattete hat dann das Bixenon-Licht noch mit drin. Und ein paar andere Features. Also von dem her in der Größenordnung, wie du es gerade angesprochen hast, 54 bis 60, 61. Das sind so gerade unsere Verkaufsschlager. Und individualisierbar dann im Detail, wie zum Beispiel eben die Front oder andere Dinge. Das ist schick. Zwei Meter hoch, glaube ich. Zwei, neun haben wir Höhe. Weil wenn ich daneben stehe, dann passt das ziemlich genau. Also bei der Tiefgarage wird es in den meisten Fällen leider nicht reichen. Ja. Da wären die zwei Meter ja die natürliche Grenze bei den meisten Garagen. Aber zwei Meter neun ist ein kompaktes Maß. Geht oft noch, wenn es jetzt nicht gerade die super engen Innenstativgaragen sind. Also Leute schaut immer ein bisschen. Ganz klar mitdenken, schadet nicht. Und du wirst ja nachher sehen, wenn wir ihn aufmachen. Die zwei Meter neun lassen sich natürlich, was die Stehhöhe, wenn das Klappdach, das Faltdach oben ist, nochmal deutlich steigern. Du bist dann nachher innen bei Größenordnung 2,34 als Stehhöhe, also locker leicht, auch für dich als großer Kerle völlig unkritisch. Platz ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Platz. So ist es. Da hat man das mit dem V8 gesagt. Das ist so. Da haben wir den Strom, der liegt von außen an. Das ist ja handelsüblich. Ja, du hast den Landstrom. Ja. Klar, wie du sagst, das ist handelsüblich. Auch da kann man mit dem Starterpad dann entsprechend sich die Kabelverbindungen gleich holen, Auffahrkeile mitnehmen, etc. So 15, 65, 16, das ist ja auch ein klassisches Maß für diese Fahrzeuge, ein Reifenmaß, muss man dazu sagen. Wo fahren wir denn an? Machen wir hinten die erste Klappe auf? Ja, macht doch Sinn. Da stehen wir gerade. Lass dich mal, weil, weißt du, ich habe nur eine Hand und die muss immer die Kamera halten. Und die Linke, die fuchtelt immer noch in der Gegend rum. Schau her, das ist der Blick. Von hinten her gesehen. Ja. Wir haben jetzt eine Version, man sieht das jetzt auch von hinten, mit der Doppelsitzbank, die sich dann als Liegefläche ausbauen oder umbauen, umklappen lässt. Genau. Auf eine Fläche von 90, beziehungsweise mit so einem Keil noch dabei, auf 1,10 Meter und ca. 1,90 Meter von der Liegefläche lang. Ja. Das ist die Holiday-Version, wie sie dann auch bezeichnet wird. Wir würden nachher noch eine Variante sehen oder zusätzlich reinsetzen. Es gibt die sogenannte Bus-Ausstattung oder Edition. Die wiederum hat dann eben nicht diese Doppelsitzbank, sondern die hat dann zwei Einzelsitze. Genau, das zeigt man nachher. Und auch das lässt sich natürlich wieder individualisieren, wie das der Einzelne möchte oder braucht. Bei der Holiday-Ausstattung ist es dann so, Tobi, dass du unter anderen Dingen auch so ein Staufach haben kannst. Ja. Das lässt sich, du siehst es hier, flexibel verschieben und letztendlich mit diesen Schrauben auch dann fixieren und arretieren. Dann kannst du es sehr flexibel zwischen diesem Schienensystem hin und her bewegen. Bei der Rücksitzbank ist es natürlich genauso. Die kannst du im Extremfall bis ganz hinten fahren oder weit, weit nach vorne. Für die Basisausstattung dazu gehört dann auch noch ein Tisch, der ganz geschickt da oben montiert ist, im Sinne von, da ist er aufgeräumt. Und den machen wir vielleicht nachher mal noch hin, dass wir dann sehen, mit dem Sitz zusammen ganz genau. Fühlt sich an wie Alcantara. Ja, es fühlt sich, die Haptik ist gut und die Optik ist auch gut. Ja, schick. Durchaus, ja. Das passt zum Fahrzeug. Was ich auch sehe, gut, die untere Sitzbank ist jetzt zum Schlafen, beziehungsweise wenn sie dann auf Schlafen umgebaut ist, ist ja kuschelig. Aber in der Regel beobachtet man, dass dann die Kinder eigentlich unten schlafen und die Erwachsenen oben sind. Also der Prospekt spricht von einer Liegewiese und wenn man das im Positiven sieht, dann ist es genau so, wie du sagst, es ist kuschelig und im besten Falle sind dann tatsächlich die Kids da unten gut aufgefahren. Genau, gut, die ärgern sich dann immer ein bisschen. Mama, Papa, wir wollen auch mal oben schlafen, dann muss man halt immer ein bisschen tauschen. Naja, schnick nach schnuck. Genau, richtig. So läuft es. Ja, Außendusche, die liegt auch hier drauf, da haben wir natürlich Wasserbefüllung. Du kannst für ein paar Euro, die ist nicht generell mit dabei, aber ich habe sie hingelegt, damit man das mal sieht. Kannst du dir eine Außendusche mitbestellen und dann gehst du einfach hier drauf und klickst die rein. Und wenn du dich dann nicht zeigen willst in deiner natürlichen Pracht, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, hier so einen Abhänger reinzumachen, der dann runterfällt und einen Sichtschutz bietet. Und wer will und da noch autark werden will, der stellt sich, wenn er unbedingt Chemie will, ein Petra Cotta Porti rein. Aber Trenntoiletten gibt es jetzt auch schon für schmales Geld. Also da kann man, je nach Lust und Laune, sich hier das Ganze dann zum vollwertigen Reisemobil umkonfigurieren. Genau, also das Porta ist sicherlich ein relativ schnelles Thema, wenn man nachts oder über Nacht unterwegs sein will und sagt, da möchte ich da nicht vor allem in einer Jahreszeit wie jetzt rausgehen und mir ein Abfrieren übrigens für eine Jahreszeit wie jetzt. Zunächst haben wir ja, wenn wir das hochstellen, quasi so eine Zeltkonstellation, aber auch die lässt sich mit einem Zusatz, das ist ein Zentimeter circa dick, so eine Isoliermatte, die dann ganz rum um den Zeltkörper läuft, wunderbar isolieren. Da sind jetzt zwar keine Fenster ausgeschnitten, aber du kannst mit Reißverschluss trotzdem zum Lüften und zum Lichteinfall öffnen und hast da dann nochmal eine super Möglichkeit, auch in der Jahreszeit ein bisschen mehr zu machen. Dass das, was du unten heizt, dann da oben dann auch nochmal drinbleibt. Ist auch ein bisschen ein Kamineffekt, der entsteht, das heizt dann noch oben durch. Genau. Also alles gut. Vielleicht zur Heizung noch, das Stichwort, da haben wir das auch gleich abgefesperrt. Wir heizen hier mit einer Webasto Diesel Standheizung, die du natürlich manuell einstellen kannst, die du aber auch vorgeben kannst im Sinne von bitte morgen früh um sieben bis halb acht auf 25 Grad temperieren. Durch den Diesel, den wir mitführen, brauchst du an der Stelle im Grunde genommen dann auch kein Gas. Du hast eigentlich immer Kraftstoff mit an Bord und das ist extrem autarig. Dieselheizung ist der absolute Trend. Absolut. Die besser geworden sind jetzt. Ich bin gespannt, wann sind teilintegrierte und vollintegrierte auch noch mehr Einzug. Ja, noch mehr, du sagst es richtig, wir erleben es, dass es immer stärker kommt, kann ich bloß bestätigen. Nachfragen ist riesig. Sag mal, da tanke ich ja jetzt nicht einen Kanister rein, der hat einen festen Frischwasser-Tank eingebaut. Okay. Weil viele in der Region haben ja dann einen 20-Liter-Kanister drin. Wir haben einen festen Tank drin mit Größenordnung 50 Liter. Der ist ein bisschen weiter vorne in dem Fach. Wenn du möchtest, können wir den nachher nochmal zeigen. Im Moment ist er verbaut. Tank ist im Grunde genommen hier rein. Und eins dieser Fächer zeigt uns dann gleich noch die Möglichkeit, eine Gasflasche, das ist eine 2,75er, also eine kleine Flasche. Allerdings, wir haben es gerade schon gehört, brauchen wir die ja nicht zum Heizen, sondern ausschließlich zum Kochen. Vorne ist ein Zweiflammer installiert, für den wir dieses Gas dann verwendet. Ja, da hast du vermutlich reichlich Erfahrung und weißt, dass das gut reicht. Das ist angenehm. Ja, da liegen noch Dinge, die man verwenden kann. Insbesondere dann, wenn man im Fahrzeug schlafen will oder einen Sichtschutz machen möchte in diesem Holiday-Paket. Verdunklung. Sind dann im Grunde genommen auch so Verdunklungsfolien drin für alle Fenster, die ganz einfach dann mit so Saugnäpfen hingeschnappt werden. Und in 5 Minuten hast du es verdunkelt und auch wieder zurückgepackt. Man kann es eben auch individualisieren, wie du das brauchst. Ja, auch mit den Schränken und so weiter. Gut, der eine sagt, er hätte lieber ein Rollfach oder andere hat eine Klappe drin. Das ist natürlich auch wieder ein Kostenpunkt. Ja, klar. Das dreht sich ja immer und läppert sich alles zusammen. Aber es ist sauber verbaut vom Bösten. Wunderbar. Alles prima. Du hast hier den kleinen Kompromiss. Man sieht es ja, wenn man jetzt an die vorderen Fächer möchte, muss man den Sitz dann halt oder die Sitzbank in dem Falle ein bisschen verschieben. Aber das ist vielleicht schon das Stichwort, mal nach vorne reinzugehen. Das machen wir. Und ich lasse hinten offen, wohlgemerkt mit dem Blick auch da drauf. Du kannst optional natürlich eine Anhängerkupplung montieren, um da hinten nochmal was mitzufahren, um vielleicht einen vorhandenen Fahrradträger vom PKW da noch draufzusetzen. Aber du kannst natürlich zusätzlich zu dem oder stattdessen auch dir einen Fahrradträger montieren lassen, wie man das von den Wohnmobilen auch kennt. Auch mehr oder weniger das Übliche. Was mir jetzt auch fällt mit den 2,9 Meter, das ist ja natürlich bei meiner Höhe praktisch, weil du hast nie die Gefahr, dass du hier, Halliolo, groß in Konflikt kommst. Das ist der Vorteil. Die 10 Zentimeter weiter runter beim 2 Meter Auto. Die hättest du gespürt jetzt beim Rhein. Ja, das ist zwar nicht jeder so groß wie ich, aber mein Gott, bringt halt die Sache mit sich. Genau. Schön. Gut. Diese Bänke gehen ja heutzutage wirklich toll zu verschieben. Ja, also du kannst es absolut, wir werden es gleich sehen, alleine lösen. Andererseits ist es natürlich so, wenn du die Bank raus machen willst, das tust du nicht alleine. Auch die Einzelsitze sind, wir werden es nachher sehen. Genau. Ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, anders aufgebaut wie die PKW-Sitze. Die haben noch einen Unterbau und auch da empfiehlt es sich dann, das zu zweit zu machen, wobei sie nicht schwer sind. Richtig, nicht so schwer, aber natürlich, wenn der runterknallt, den Boden rein, da geht man auch nur noch sicher. Ja, das macht man auch nur noch zu zweit. Genau. Das muss ja solide sein, weil das muss ja beim Crash und so weiter auch die Energie abfangen können. Ja, so ist es. Ihr habt übrigens einen netten Prospekt gemacht, den man hier natürlich bekommt. Da habt ihr eine eigene Version, mycopa.de, mycaravaning, da habt ihr nochmal jede Menge Informationen drin, weil ich ihn gerade hier liegen sehe. Ja, da sind die zwei von mir angesprochenen Editions auch schon drin. Also die Life, die wie gesagt mit dem kleinen Antrieb ausgestattet ist von 130 PS, während die Supreme dann die große Maschine drin hat mit der Automatik. Und dann weiter unten, du siehst es, das rechte Paket ist ein bisschen länger, nicht bloß der Preis höher, sondern da kommt dann eben das Bixenon, das Elektropaket, also noch ein bisschen mehr Elektrik im Sinne der Steckdosen, im Sinne von auch zwei Homelights, also so mobile Lichter, die man noch einsetzen kann, auch als Taschenlampe, die packst dann noch dazu. Genau, und was ganz spannend ist, man sieht es hier, du kannst das Fahrzeug finanzieren bzw. leasen in der Größenordnung schon ab 388 Euro. Bei der Finanzierung ist es so 2,99 Prozent und bis zu 150 Monate, das sind umgerechnet, glaube ich, zwölfeinhalb Jahre. Kannst du das leasen und hast damit auch... Da kommt man in den Camper Wechselmodus dann rein. Toll, genau. Das wechselt in der Regel dann das Fahrzeug, größer, kleiner, wie auch immer. Auch Angebote, die du versicherungsmäßig bei uns nochmal in besonderer Weise abrufen kannst. Auch da haben wir die Chance, Dinge nochmal günstig anzubieten. Und was die Steuer angeht für das Fahrzeug, da liegst du im Jahr bei 220 Euro. Ja, das ist hier vergleichsweise gering. Das ist ja auch oft ein Punkt, dass die Leute auch reisemobil fahren und das schätzen oder auf den Kastenwagen umsteigen oder auf sowas. Wenn man da gegenüber so viel kostet, ein Polo in Stuttgart. Also das macht den Alltagshelder an der Stelle natürlich auch nochmal weiter, den ich vorher angesprochen hatte. Ja, absolut richtig. Schöner Perspekt, einfach übersichtlich, alles drin. Ja, genau. Also auch viel Grafik, viel Foto, viel Bild, um da schnell eigentlich dahinter herzukommen und sich nicht durch eine lange Liste zu arbeiten, die es natürlich auch gibt. Eine Frage. Generell habt ihr das Fahrzeug oder die Marke oder die Ausstattung auch in der Vermietung einlaufen? Wenn jetzt einer sagt, oh, ich bin ja unschlüssig, ob Kastenwagen und so weiter. Du weißt das oft, weiß man gar nicht, was will man im Moment. Man will halt absolut nicht mal campen gehen. Kann man den dann bei euch Probefahren in Anführungszeichen? Also in der Vermietung haben wir noch nicht. Das ist sicherlich ein Aspekt. Aber wir haben da eigentlich ein Probefahrzeug da. Das kann man auf alle Fälle. Also deswegen sind Fahrzeuge mindestens eins jeweils zugelassen. Und du kannst das Fahrzeug probieren vorher. Das ist bei den Reisemobilen eher unüblich, weil mit den Kilometern ist das schwer. Aber in der Fraktion, denke ich mal, der eine oder andere will es halt wirklich mal testen. So ist es, ja. Dann kommt das dazu. Ich hatte es vorher angesprochen, dass auch mal die Kollegen vielleicht einsteigen können und sagen, da teste ich selber mal. Ja, richtig. Schön, schön. Und bei der Gelegenheit sagen wir beide Tschüss bis zum zweiten Teil. Ich mache das jetzt absichtlich. Wir sind nämlich bei 22 Minuten, weil wir haben ganz viel zu erzählen. Und ich denke, wir machen den zweiten Teil. Jetzt gehen wir rein und dann arbeiten wir ins Innen durchs Interieur. Ja, so machen wir es. Also aus Herrenberg. Servus bis gleich. Ich schalte jetzt wieder ein bei Mike Caravaning und dem Bürstner Copa. skydauf dass